Wussten Sie, dass die Vereinten Nationen seit 2011 jährlich einen Gedenktag der Freundschaft ausrufen? Immer am 30. Juli. Aber warum sollte es eigentlich einen besonderen Tag der Freundschaft geben? Was gibt es da groß zu bedenken? Wenn ich meine Schüler frage, was Freundschaft ist, dann sind wir uns nämlich alle schnell einig. Freunde sind wichtig für ein glückliches Leben, Freunde mögen sich, sie sind ehrlich zueinander, vor Freunden muss man sich nicht verstellen, Freunde können Geheimnisse bewahren, Freunde helfen sich gegenseitig und sie machen das gerne. Was gibt es sonst noch groß über Freundschaften zu sagen? Viele Philosophen haben das wohl auch nicht gewusst, denn sie haben sich selten eingehend mit Freundschaft beschäftigt. Große Ausnahme Aristoteles. Der schrieb ausführlich über Freundschaften in seiner nikomarischen Ethik. Und nachdem ich das gelesen habe, sind mir ein paar gar nicht so leicht zu beantwortende, aber vielleicht doch wichtige Fragen zu dem Thema eingefallen. Was mag ich eigentlich an meinen Freunden? Und was mögen die an mir? Und keine so angenehme Frage, bin ich eigentlich ein guter Freund? Und vielleicht noch unangenehmer, sind meine Freundschaften eigentlich wirklich gut für mich und andere? Oder verbringe ich im Gegenteil Zeit mit Leuten, die mir und anderen mehr schaden als nützen? Etwas modischer ausgedrückt, habe ich vielleicht toxische Freundschaften? Aristoteles zur Freundschaft. Los geht's! Wenn es um Philosophie geht, kann ich zwar fröhlich mitdiskutieren, bin aber ehrlich gesagt von jeder Sachkenntnis unbelastet. Und deshalb habe ich meinen philosophisch gebildeten Zwillingsbruder Sigmund eingeladen. Hallo Sigmund, schön, dass du hier bist. Hallo Felix, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Sigi, du hast uns zum Einstieg in das Thema einen kurzen Filmausschnitt mitgebracht. Was sehen wir denn da? Wir sehen da zwei Ausschnitte aus der Teenie-Komödie Girls Club. Da kommt die etwas naive Katie neu an eine US-amerikanische Schule und lernt eine Gruppe von da besonders beliebten Mädchen kennen. Die Plastics. Und die behandeln sie so. Du siehst wirklich hübsch aus. Dankeschön. Was findest du auch? Hast du hästlich für hübsch? Wir sehen uns. Was man hier schön sehen kann, sind Fälle von toxischen Freundschaften. Aristoteles würde vermutlich von entarteten Freundschaften sprechen. Für ihn sind die meisten Freundschaften, was man mit Spaß- und Nutzenfreundschaften übersetzen kann, obwohl Übersetzungen aus dem Altgriechischen immer so ein bisschen unscharf sind. Ich erkläre erst mal, was er damit meint und dann, wieso das, was wir da gerade gesehen haben, ins schlechte, gewandelte Formen dieser an sich guten Freundschaften sind. Okay. Leg los. Aristoteles meint, es gebe erst mal Spaßfreundschaften. Das ist intuitiv ja auch recht plausibel, wenn man sich anschaut, worum es vielen Leuten geht, wenn sie sich mit ihren Freunden treffen. Man mag sich, man ist sich ähnlich, ist irgendwie gleichberechtigt und will zusammen eben Spaß haben, Vergnügen. Alles Mögliche, was unmittelbar angenehm ist. Und dieses Angenehme ist auch ungefähr gleich verteilt. Es hat nicht einer ganz viel Spaß und der andere fast gar keinen, wenn es eine wirkliche Freundschaft ist. Bei Kindern realisieren sich Spaßfreundschaften typischerweise durch gemeinsames Spielen, naheliegend. Wenn man älter wird, trifft man sich dann zum Beispiel, um Party zu machen oder man geht in einen Verein. Oder wenn man noch älter ist, so wie wir, dann schätzt man humorvolle und interessante Gespräche mit seinen Freunden, gepflegte Konversationen und das bei gutem Essen und ausgesuchten Weinen. Prost! Prost, 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 Prost. Verstehe, das kennt ja wohl fast jeder. Zum Glück. Was einem dabei aber klar sein sollte, Spaßfreundschaften, insbesondere bei jungen Menschen, sind weit verbreitet, aber nicht besonders stabil. Denn was einem heute gefällt, gerade wenn man jung ist, langweilt einen vielleicht in der nächsten Woche. Und deshalb schließen junge Menschen rasch Freundschaften dieser Art und beenden sie ebenso rasch wieder. Das sollte man im Hinterkopf haben und nicht überrascht sein, wenn solche Freundschaften auseinander gehen. Eben weil sich einer oder beide Freunde verändert haben. Ebenso ratsam, würde Aristoteles sagen, ist auch nicht zu vergessen, dass man Spaß aller Art mit Menschen aller Art teilen kann. Also auch mit den charakterlich schlechtesten. Spaßfreunde sollten sich also nicht unbedacht vertrauen oder aufeinander verlassen. Und wenn man Aristoteles weiterdenkt, es gibt eben sogenannte Freundschaften, in denen der Spaß sehr einseitig ist und es nicht um ein Verhältnis zwischen an sich gleichen geht. Schauen wir uns nochmal den Filmausschnitt an. Da würde Aristoteles wohl von einer entarteten Freundschaft sprechen, oder? Würde er wohl. Hier gibt es ein deutliches Oben und Unten im Verhältnis zwischen Cady und den Plastics. Die Plastics sagen, wir sind cool und schön und haben Stil und du bist ein Loser und du kannst froh sein, dass wir uns überhaupt mit dir abgeben. Mir hat während des Studiums mal eine Bekannte erzählt, sie wäre Teil der Clique ihres damaligen Freundes gewesen. Und da hätten sich die anderen in dem Freundeskreis in ihrem Beisein über ihre vermeintlich zu kleinen Brüste unterhalten. Genau. Und gerechtfertigt wird sowas, also solche Gemeinheiten, wenn man das dann anspricht, oft durch so Aussagen wie Ist doch nur Spaß oder sogar mit Vorwürfen sei doch nicht so empfindlich oder ich will dir doch nur einen Tipp geben, ich will dir doch bloß helfen. Jeder sollte sich deshalb vielleicht mal überlegen, ob der Spaß, den er oder sie mit anderen hat, tatsächlich für alle Beteiligten so spaßig ist. Und darüber hinaus, warum man eigentlich zusammen ist. Es gibt ja Freundeskreise, die treffen sich eigentlich nur, um sich gemeinsam zu betrinken oder zu kiffen, Spaß, weil sie sich eben sonst nichts zu sagen haben. Oder man die meisten anderen in der Clique vielleicht sogar nüchtern gar nicht ertragen könnte. Da sollte man sich dann, würde Aristoteles wohl sagen, doch lieber Freunde suchen, mit denen man wirklich Spaß haben kann. Und zwar auf Kosten von niemandem. Verstehe. Du hast vorhin gesagt, es gebe neben Spaßfreundschaften noch Nutzenfreundschaften. Was ist denn eine Nutzenfreundschaft? Ja, der Begriff ist nicht so richtig klar, aber so wie ich das verstanden habe, tauschen Nutzenfreunde etwas aus, was nicht unmittelbar angenehm ist, sondern man bekommt durch die Freundschaft sozusagen ein Mittel, mit dem man dann etwas anderes bekommen kann, was einem wichtig ist. Beispiel. In Nutzenfreundschaften trifft man sich zum Beispiel, um gemeinsam für eine Prüfung zu lernen. Und die daraus resultierende bessere Note ist dann der Nutzen, der sich aus der Freundschaft ergibt. Und der Unterschied zu einer ganz normalen Lern-AG ist, dass man den anderen aber eben zusätzlich auch mag, weil man eben mit ihm oder ihr so gut lernen kann. Das ist gar nicht so selten. Wenn man mit jemandem längere Zeit zusammen etwas macht, was beiden nützt, dann mag man sich oft irgendwann auch gut leiden. Der andere ist dann ja psychologisch betrachtet für einen positiv konditioniert. Im Berufsleben gibt es solche Nutzenfreundschaften, etwa in Form von Seilschaften, die einem Vitamin B, also Beziehungen verschaffen. Man hält mit jemandem, der einem sympathisch ist, Kontakt, weil der einem später vielleicht mal nutzen kann und umgekehrt. Dafür gibt es sogar extra ein Wort im Deutschen, nämlich Geschäftsfreunde. Ich weiß gar nicht, ob es das auch in anderen Sprachen gibt. Aber ist das wirklich Freundschaft? Das klingt doch sehr kalkuliert. Ja, ein bisschen schon. Aber Aristoteles würde wohl sagen, der Unterschied zum Beispiel zu kalkulierten Vertragsverhältnissen ist eben, dass man sich tatsächlich gegenseitig mag, dass man das Verhältnis freiwillig eingeht. Bei Verträgen nicht immer der Fall, obwohl man an der Uni da anderes lernt. Und dass das, was ausgetauscht wird, ungefähr gleichwertig ist. Und er würde vielleicht fragen, ob du für so eine soziale Beziehung, wenn es nicht Freundschaft nennen willst, irgendeine bessere Bezeichnung kennst. Und ansonsten weiß er natürlich auch, dass Spaß- und Nutzenfreundschaften oft auch in Mischungen vorkommen. Mancher Umgang macht beiden Spaß und nützt beiden zugleich. Oder einer bringt mehr Spaß in die Freundschaft, der andere mehr Nutzen. Da gibt es lebensbunte Vielfalt. Verstehe. Und was für Probleme sind mit Nutzenfreundschaften verbunden? Auch einige. Bei Nutzenfreundschaften ist es mit der Dauer zum Beispiel ähnlich problematisch wie bei Spaßfreundschaften. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Fällt für einen der Nutzen weg, dann ist halt auch die Freundschaft gefährdet. Denn befreundet ist man ja nicht mit der Person, sondern mit dem Nutzen, den sie gewährt. Nutzenfreundschaften können unausgewogen sein, auch wie bei Spaßfreundschaften. Der Nutzen ist dann für den einen eben wesentlich größer oder kleiner als für den anderen. Was für Aristoteles der Idee der Freundschaft als einem Austausch von Gleichwertigem widerspricht. Und damit verbunden, manchmal wird ja nur so getan zum Beispiel, als ob man den anderen mag. Deshalb betrachten wir Freundschaften zwischen Arm und Reich oder Chef und Angestelltem manchmal mit Skepsis. Weil wir wissen, es gibt Menschen, die lachen über die schlechtesten Scherze des Chefs und tun dabei dann eben so, als ginge es um Spaß. In Wahrheit geht es aber nur um den Nutzen, den die Nähe zur Macht oder zum Geld haben kann. Narzisstische Chefs haben mit sowas natürlich wenig Probleme. Aber Freundschaft ist das dann trotzdem nicht, würde Aristoteles sagen. Und zuletzt noch eine problematische Gemeinsamkeit zwischen Spaß- und Nutzenfreundschaften. Auch Nutzenfreundschaften können durchaus zwischen charakterlich wirklich schlechten Menschen bestehen. Spaß- und Nutzenfreundschaften, meint Aristoteles, sind genau genommen sogar die einzigen Freundschaften, zu denen schlechte Menschen überhaupt fähig sind. Und selbst die fallen schlechten Menschen oft schwer. Bei besonders schlechten Menschen ist das offensichtlich. Diktatoren, Aristoteles würde von Tyrannen sprechen, haben gar keine Freunde. Die sind nur von Speichelleckern umgeben. Charlie Chaplin hat das in Der große Diktator sehr anschaulich dargestellt. Da lässt er den italienischen Diktator Mussolini Hitler besuchen. Im Film heißt er natürlich ein bisschen anders. Und beide tun so, als seien sie Freunde, versuchen aber in Wirklichkeit nur, sich dem anderen gegenüber als dominantes Alpha-Tierchen zu positionieren. Schauen wir uns gerade mal an. Hallo, Hincki! Wie geht es dir? Alles in Ordnung, alter Junge? So schaffen wir kaum, mein Bruder Diktator. Du bist ein netter Mann, Hincki. Ich bin ja so glücklich, dich wiederzusehen. Ah, meine liebe Freund Gorbic. Geht gut? Ja, das ist da gut getroffen, dieses laute Hoppla, hier komm ich. Das gibt man auch häufig in den Medien, dass manche Leute als Freundlichkeit und Freundschaft verkaufen, obwohl es im Kern eigentlich nur um Dominanz geht. Aber kommen wir jetzt zu der Art von Freundschaften, die Aristoteles für die Beste hält. Gerne. An der Stelle kann man aber vorher das Video vielleicht sogar mal kurz anhalten und selber nachdenken, was für eine Art von Freundschaft das denn sein könnte. Also eine, wo es im Kern nicht um Spaß geht oder um Nutzen. Na, Vorschläge? Für Aristoteles jedenfalls ist die beste Art von Freundschaft, was er Tugend oder Charakterfreundschaft nennt. Das ist eine Freundschaft, Zitat, um des Freundes willen. Merkwürdige Formulierung. Man ist im Kern mit jemandem befreundet, nicht weil das Spaß macht oder Nutzen bringt, sondern weil man ihren oder seinen guten Charakter schätzt. Hm, das klingt ja erstmal etwas seltsam. Was ist da denn gemeint mit Tugenden beziehungsweise mit gutem Charakter? Das sind ja sehr vieldeutige Begriffe. Richtig, das klingt so ein bisschen im 21. Jahrhundert jedenfalls nach katholischem Mädchenpensionat, aber zu unrecht. Zunächst mal, mit Charakter bezieht sich Aristoteles, so wie wir sonst auch, einfach auf die Summe von typischen Verhaltensweisen eines Menschen. Wenn wir sagen, jemand ist ein freundlicher oder fieser Typ, er ist vertrauenswürdig oder langweilig, dann sagen wir was über seinen Charakter. Und für eine Person typische und zugleich gute Verhaltensweisen nennt man eben seine Tugenden. Hilfsbereitschaft zum Beispiel oder Fleiß. Entsprechend hat jemand einen guten Charakter, der sich in wichtigen Lebenssituationen regelmäßig tugendhaft verhält. Hm, okay. Und woran erkenne ich, dass eine typische Verhaltensweise eine Tugend ist, also gut ist? Es gibt ja Leute, die zum Beispiel sagen, Hilfsbereitschaft sei was für Schwache. Nietzsche. Und dass man fleißig sein soll, sei eine Herrschaftsnorm weißer Kapitalisten. Ja, was Tugenden sind, das ist eine interessante und schwierig zu beantwortende ethische Frage. Da gibt es ganz viele Diskussionen zu, auch aktuelle, mit Bezug zu Aristoteles übrigens auch. Also er selbst geht ungefähr so vor. Er sagt, jeder sollte sich in einer Art von Situation erst mal fragen, was für typische Verhaltensweisen es denn in dieser Art von Situation so gibt. Und da sollte man nicht nur bei seiner unmittelbaren sozialen Umgebung schauen, sondern bei seinen Freunden oder Bekannten oder in der Familie, sondern gerade auch bei Leuten, mit denen man erst mal sonst nichts zu tun hat. Und dann kann man oft sehen, dass diese vielen Verhaltensmöglichkeiten, die es gibt, in eine Dimension zwischen den Extremen eines zu viel oder zu wenig geordnet werden können. Klingt auch erstmal komisch, ist aber eigentlich ziemlich einfach. Nehmen wir zum Beispiel Situationen, die bei den meisten Menschen Angst auslösen. Und wer in solchen Situationen zu viel Angst hat, das wäre eines der Extreme, der ist charakterlich gesehen ängstlich oder feige. Wer zu wenig Angst hat, das gibt es auch, der würde man mit einem etwas altmodischen Wort sagen, Wer zu wenig Angst hat, der ist tollkühn. Toll, nicht im Sinne von super, sondern von verrückt, so wie Tollhaus. Und tugendhaft, sagt Aristoteles, ist eben derjenige, der ein vernünftiges Mittelmaß an Angst verspürt, nicht zu viel und auch nicht zu wenig, und dann entsprechend handelt. Und denjenigen nennt man dann mutig. Wenn man das veranschaulichen will, nehmen wir eine Situation, dass ein Klassenkamerad von einem Lehrer gemobbt wird. Und der charakterlich feige macht da nichts oder schaut weg. Der Tollkühne legt sich vielleicht selbst direkt mit dem Lehrer an und beleidigt und beschimpft ihn, was dem Gemobbten halt auch selten hilft. Derjenige aber, der über die Tugenden des Mutes, der Hilfsbereitschaft und der Besonnenheit verfügt, der sammelt Beweise für das Mobbing und sucht sich dann entsprechend Hilfe. Zum Beispiel bei der Vertrauenslehrerin, der SV, den Elternsprechern oder wem auch immer. Das hängt natürlich von der konkreten Schulsituation ab. Der Tugendhafte jedenfalls wählt in solchen Situationen eben das rechte Mittelmaß. Okay, und was hat das alles nochmal mit Freundschaft zu tun? Ja, das war wieder so eine typisch lange Fußnote von mir. Entschuldige. Es gibt eben Freundschaften, da schätzt man am anderen genau dieses Verhalten, seine Tugenden, seinen guten Charakter und nicht in erster Linie den Spaß oder den Nutzen, den er oder sie einem wahrscheinlich auch bringt. Freundschaften oder Freunde dieser Art sind wesensverwandt. Der Freund ist sozusagen, nochmal Zitat, das andere selbst, sagt Aristoteles. Und das ist der Kern solcher Freundschaften. Und wie zeigt sich das dann in den Freundschaften selbst? Oh, das ist eigentlich wenig überraschend. Vor allem darin, dass man Zeit miteinander verbringt und seine Gedanken teilt und seine Gefühle. Der Freund fühlt mit seinem Freund, ist über dessen Glück erfreut und empfindet bei dessen Unglück Mitleid. Also praktisches Beispiel. Ich erzähle jemandem von irgendeinem Erfolg, den ich habe im Sport oder in der Schule oder sonst wo. Und der Freund klopft mir dann quasi auf die Schulter und sagt prima und freut sich mit. Der nicht wirklich Freund fängt zum Beispiel an, von seinen eigenen Triumphen zu erzählen. Oder von den Erfolgen von irgendjemand anderem. Das ist wahrscheinlich kein Charakterfreund. Oder wenn es zum Beispiel um Hilfe geht. Wenn ich mal Aristoteles ein bisschen länger zitieren darf. Freundeshilfe sollte man dann erbitten, wenn sie den Freund wenig belastet. Umgekehrt erscheint es aber angebracht, den Freund dann aufzusuchen, wenn er im Unglück ist. Und zwar ungerufen und mit freudiger Bereitschaft. Gerade wenn der Andere die Hilfe gar nicht verlangt. Und wie findet man solche Freundschaften? Man findet sie gar nicht. Es bedarf der Gewohnheit des Zusammenlebens. Man muss erst mal sehen, wie der Andere sich in verschiedenen Situationen handelnd bewährt. Und man muss miteinander sprechen. Und das nicht nur übers Wetter. Erst so kann sich Vertrauen entwickeln und dann vielleicht auch Freundschaft. Charakterfreundschaften sind deshalb selten, meint Aristoteles. Sie verlangen viel Engagement. Und außerdem gibt es natürlich charakterlich gute Menschen nicht an jeder Straßenecke. Aber wenn sich dann so etwas wie eine Charakterfreundschaft entwickelt, dann ist das umso berührender. Das ist sehr schön am Ende, wenn auch ein bisschen klischeehaft oder kitschig, am Ende von Casablanca veranschaulicht. Wer den Film nicht kennt, unbedingt anschauen. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. WDR 106 WDR 106 WDR 1149 WDR 1. Ich heiße sofort, ROMX 726 WDR 111, O sea, jeg heißeик, ichễ Handy immer noch mitinnen, янnerin, Síamos dasracy- undkichst AUDIEN. das ist diese Sache, auch irgendwo có mit demرض Theater. Was ist die Frage,